Hey ho Leute und willkommen zu einem neuen What the Fuck Rage and LOL mit Oswald the Elephant. Ihr werdet gleich merken, dass das Game richtig What the Fuck mäßig drauf ist. Ich check es gar nicht und werde auch öfters wohl What the Fuck sagen. Ach ja, ich habe ja vergessen. Ich bin's wieder, euer PewDiePieStyle. Ja, fangen wir an mit Oswald. Nein. Nein, ich check gar nicht die Steuerung, los Oswald, beweg deinen Hintern. Teleportier dich, genau. Gut, verdammt. Was ist jetzt, es fängt an der Luft an. Ähm, Oswald, Oswald, Oswald. Ja, teleportier dich einfach. Oh, ich schaff das. Gut. Oh, komm. Ja. Er geht wieder nach oben. Oh, wie cool. Ich schaff das. Komm. Komm. Ja, ich brich dir alle Beine. Oswald, du schaffst das. Du schaffst das. Nicht. Gut. Schaut gut aus. Nein, schaut gut aus. Ich hab's nicht drauf. Teleportierende Oswald. Yay. Du Arschloch. Alter, ich weiß nicht, was das mit seinen chinesischen Stäbchen auf sich haben soll. Ich check die Steuerung nicht. Und Oswald, das sieht doch mal Kau. Yay. Oswald. Gut. Yes. Yeah, gut. Oswald. 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 No. Oswald. Oh. Oswald, what are you... Was ist das für eine Steuerung? Es gab nicht mal ein Menü, wo ich irgendwas lesen konnte. Ja, komm. Gut. Ja. Nein, nein. Wieso? Bei D klappt es nicht. Ach. Okay. Ich muss mal alles mögliche ausprobieren. Okay. Schaut gut aus. Ja. Ich kann wenigstens so laufen. Ja. Ich hab's drauf. Und ich drück nur gerade zwei Tasten. Einfach immer weiter diese Tasten drücken. Immer weiter. Komm. Nein. Oswald. Puh. Och. Ja. I'm walking on sunshine. Was ist das für ein dummes Game? Äh. Oswald teleportiert sich und ist stecken geblieben. Was ist der Sinn dieses Spiels? Keine Ahnung, Leute. Frag mich was leichteres. Was ist das für ein dummes Game? Äh. 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 Leute, fragt mich was leichteres, wie ich den zum Beispiel steuere, das wüsste ich jetzt nicht, Idiot. Das war so die Pose, I'm sexy and I know it. Ja, Oswald, du hast es drauf, ja. Weiter so. Oh, ich hab's drauf. Wow, ich weiß, wie es geht. Yeah. Komm. Oh, da sind Noten. Was ist damit jetzt los? Oh, ich hab's drauf, ich weiß jetzt, wie es geht. Oh, cool, cool, cool. Ah, er kann die einsammeln. Wofür, weiß ich grad nicht. Wow, Vorsicht, Oswald. Du musst das schaffen, du musst das schaffen. Mit der Macht vom PB-Style, du schaffst das. Wow, yes. Ach, gut. Komm schon, Oswald, ich glaub an dich. Nein, nein, so eine verdammte Ecke. So ein verdammter Zirkuselefant auf Stelzen muss rumstolzieren und irgendwelche Noten dabei einsammeln. Und ja, anscheinend im Hintergrund sieht man ein paar schöne Zirkusplätze. Ah, man behält immer noch die Noten wie vorhin. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Gut, langsam hab ich die Steuerung raus, wirklich. Das ist gut. Nein, nicht schon wieder sowas, genau. Da steigen wir lieber nicht wieder auf die Ecke. Boah, was ist das? Was ist das für ein abgekacktes Game? Gibt's hier überhaupt ein Ende? Oh, 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 Oswald. Gut gemacht. Oswald, nein! Idiot. Ich glaub, ich werd's niemals packen. Oswald, dieser kleine dicke Elefant. Teleportier dich! Wow, wie machst du das? Ja, genau, teleportier dich genau dahin, du Idiot. Oh, stupid Elephant. So ein Elefant weiß nicht, wo er hingehört. Gut. Äh, was zum Henker passiert gerade? Oh, kann ich wieder rückwärts? Na, Oswald. Oswald. Na, was machst du mal hier? Ich hab gedacht, ich hab dich jetzt raus, wie du richtig laufen kannst. Nein! Wo sind wir? In den Bergen? Mit Häusern? Mit irgendein paar Statuen? Mit Riesenpflanzen? What the hell? What the fuck? Und nein, Fassade ist noch nicht beendet. Es wird noch fertig gemacht, glaubt mir. Dieses abgekackte Game will ich auch noch zu Ende bringen. Oh gut, wir haben wieder unsere Noten. Wunderschön. Was ist der Sinn dieses Spiels? Let's run with an Elephant, äh, around and, äh, collect some notes. Äh, not notes, ähm, some sounds. Whoa, whoa, whoa. Nein, 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 nein. Bitte nicht, Oswald. Ja, Oswald. Nein, Oswald, nein. What the? Ugh. Jetzt muss ich wieder da anfangen. So ein bekloppter Elefant. Jetzt, wo ich gerade so weit war. Also, man kann es, wie ich gerade gemerkt habe, mit, äh, dem Pfeiltasten steuern. Aber auch, äh, mit WASD, also, wer was mag. Boah, Oswald schaut so sexy auf Stelzen aus. Boah, schaut euch die in Arsch an. Yeah, look at that ass. Look at this big ass. Seid ihr schon mal auf Stelzen gelaufen? Also, ich noch nie in meinem Leben. Noch nie. Und ich glaube, ich will es auch nicht, so wie es hier ausschaut. Verdammt. Ich gebe jetzt noch drei Versuche, ansonsten bin ich das WTF, Rage und LOL einfach mit Oswald. Und ich werde schauen, dass ich vielleicht irgendwo mal das zu Ende bringen kann. Ah, okay, cool. Ich kann ihn sogar damit bremsen. Aber es bringt gar nichts. Äh, nein, das zählt jetzt nicht als Versuch, weil... Fail. Ah, okay, ich glaube nach oben und unten bringt gar nichts, sondern nur einfach mit rechts und links. So ein Kack. Na ja, es ist Oswald. Was wollen wir? Er ist ein dicker, fetter Elefant. Äh, hast du mich gerade fett genannt? Das ist ein Kompliment. Asphalt Elefant. Wie kommt der bitte schon auf die Stelzen rauf? Der ist doch so groß und fett. Tut mir leid. Aber wenn er... Wow, cool, auf die Spitze gelandet. Aber wenn er überhaupt noch auf die Stelzen raufkommen würde, weil da kann man sich auch festhalten und so, aber die würden wegen ihm zusammenbrechen. Wow. Wow, das war nice. Jetzt kommt wieder diese komische Stelle. Wow. Ja, komm. Einfach nur kleinere Schritte machen. Nein. Nein, 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 Oswald! Oswald! Letzter Versuch, Oswald. Danach hören wir auf. Vielleicht werde ich irgendwann noch einen zweiten Part von Oswald machen. Mal gucken. Singt mit, Leute. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Oswald hat keinen Bock mehr. Tschüss, Leute, und danke fürs Zuschauen bei dem Kackspiel. Wie immer den Link in der Beschreibung und haut rein. Viel Spaß, euer PB-Style. Und ja, sagt mir, was ihr von dem Spiel haltet. Haut rein. Tschüss, Leute.